Freya. Oh ja, die tollen, lockeren Frauen der Karibik! Schwingen sich den ganzen Tag in den Hüften und leben einfach! Ich würde mich auch gerne den ganzen Tag in den Hüften schwingen. Weißt du was? Du bist ein richtiges Arschloch. Vielen Dank. Ich brauche, dass ich hier in Deutschland bin. Ich bin hier in Deutschland. Ich bin hier in Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020